Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch mal wieder auf dem Game Boy zu einem kleinen netten Logik-Spiel, zu einem kleinen netten Rätsel-Geschicklichkeit-Spiel namens Bubble Ghost. Da ist auch schon der Zittelbildschirm. Im Original ist das für ein Atari ST erschienen. Es gab aber auch eine Amiga-Version, eine C64-Version und halt natürlich auch eine Game Boy-Version. Worum geht's? Wir spielen einen kleinen Geist und unsere Aufgabe ist es, eine Luftblase zum Ende des jeweiligen Levels zu bringen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich starte mal in ein neues Spiel rein. Hier geht's dann auch schon los. Und ab jetzt darf ich spielen. Darf ich jetzt los? Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, dass für die Ghostbusters Musik ist auch sicherlich so gedacht, dass das die Ghostbusters Musik daran erinnern soll. Aber die ist es natürlich nicht. Wir sind hier der Geist, können uns bewegen und das hier ist die Luftblase und die können wir wegpusten. Und Ziel ist es halt, nirgendwo anzustoßen, denn dann geht die Luftblase kaputt. Das ist klar. Ziel ist es, die Luftblase zum Ausgang zu bringen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Gegenstände nicht berühren. Wir müssen hier mal ein bisschen nach oben pusten. Insgesamt gibt es, glaube ich, 32 Level in der Gameboy-Version. Wow, 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 wow. Wo gehst du hin? Luftblase, vorsichtig. So, und jetzt schnell raus mit dir. Ui. Das ist jetzt natürlich in den ersten paar Leveln noch relativ einfach, aber wird nachher schwieriger. Hier haben wir die Kerze. Wir sind ein schlauer Geist. Und pusten die Kerzen natürlich erstmal aus. Denn, was wäre sonst passiert mit der Luftblase? Genau, sobald sie über der Kerze gewesen wäre, wäre sie durch die heiße Luft nach oben gestiegen. Dann vermutlich gegen die Wand geknallt. Und kaputt gegangen. Ja, das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Prinzip, ich finde es gut. Das ist von einem französischen Entwickler. Opera House. Opera House. So in der Art. Gut gemacht. Auch hier dürfen wir natürlich wieder nichts berühren. Dieser Level ist schon ein bisschen trickier. Obwohl, da komme ich diesmal durch. Ganz gut durch. Und reicht das? Ja, das... Uh, das wird knapp. Reicht aber trotzdem. Ja, wenn natürlich eine Luftblase kaputt geht, verlieren wir ein Leben. Unten links sehen wir es. Wir haben fünf Leben. Ah, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier auf den Ventilator aufpassen. Jetzt kommst du da nicht durch. Das ist natürlich doof. Oh oh. Das ist nicht gut. Komm hier noch ein bisschen nach oben. Oh nein. Ja, da ist er zu Recht sauer auf mich. Das ist ja nicht so, dass es Absicht gewesen wäre. Oh, was macht denn der Hase da oben? Kann man den einsammeln? Nein, natürlich nicht. Muss die Luftblase vielleicht ein bisschen weiter in die Richtung und dann so schräg nach oben. Wer sollte eigentlich daran vorbei, an diesem komischen Gerät? So, dass er ist gar nicht in dem... Kann ich das hier ausschalten? Nee, das funktioniert nicht, oder? Das ist mal ein komischer Geist. So, jetzt hier hoch. Und dann so rüber. Oh nein. Hm. Das mag vielleicht im ersten Moment einfach aussehen. Glaub mir, liebe Zuschauer, ist es nicht wirklich. Das reicht mir auch nicht. Jetzt aber nach oben. So, komm. Jetzt durch. Oh nein. Darf doch nicht wahr sein. Level Nummer 5 und ich komme hier nicht durch. Probespielen habe ich es geschafft. Glaubt mir natürlich vielleicht keiner. Nein. Letztes Leben. So, jetzt aber. Ah, Mist. Game over. Game over. Aber wir dürfen Continuum machen. Das ist natürlich praktisch. Natürlich ist unsere Score weg. Das ist klar. Also okay, das war jetzt doof von mir. Ziemlich doof. Da muss ich mich doch glatt einmal räuspern. Und jetzt nach oben. Nein. Ah, komm schon. In der Probeaufnahme hat das doch geklappt. Ich kann ihn wirklich nicht ausstellen, oder? Wenn ich hier ausstellen, geht das irgendwie? Wenn ich hier puste. Äh, natürlich nicht. Was für eine doofe Idee von mir. Okay, probieren wir mal was anderes. Dass wir die Luftblase ganz nach oben bringen. Ganz nach oben links. Ja, so in etwa. Ja, schon wieder ein Stückchen zu weit abgekommen. Nein, nicht so weit hoch. Na, jetzt kann es klappen. Okay, teilweise. Nein. Da habe ich doch glatt in die falsche Richtung geblasen. Oder gepustet. Aber so könnte das gehen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe. Also, ihr könnt mir glauben, das Spiel macht schon Spaß. Aber es ist natürlich teilweise schon ein bisschen tricky von der Steuerung her. Oder jetzt aber. Da liegt es ja wieder doof. Komm, geh rein. Raus, raus, raus. Yes, Baby. Up in Level 6. Okay, wo ist der Levelausgang? Was ist denn hier mit dem Stern? Der ist doch bestimmt, der bedeutet nichts Gutes. Aber egal. Dann gehen wir halt so rum. Naja, so war es jetzt nicht geplant. Dadurch, dass das Ganze auf Zeit geht, wird es natürlich nicht einfacher. Ich glaube, das Ding berühre ich, oder? Oder klappt das? Okay, das hat geklappt. Nein, 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 nein. Wow. Wow. Nein. Ein Millimeter vorm Ziel. Ich werde verkloppt. Okay, das war wieder doof. Ja, ich weiß. Du bist zu recht sauer auf mich. Jetzt ist irgendwie die Wurm drin. Machen wir erstmal nach oben. Das war wieder sehr, sehr knapp. Das könnte wieder knapp werden. Gibt es sowas? Ein Augen zwinkern zu früh. So, jetzt aber. Das wäre wieder das perfekte Spiel, um es mit Safe States durchzuspielen. Aber den Level haben wir auch. Soll, schon Level 7. Am Anfang habe ich gedacht, Level 32, ein bisschen wenig. Ja, ich glaube, so wenig ist es gar nicht. Okay. Sieht zunächst recht einfach aus. Wo ist der Haken an der Sache? Wahrscheinlich hier die Schranke. Das ist aber auch nicht der geschickteste Geist. Das muss man mal dazu sagen. Komm, weg, 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 weg. Sehr schön. Cool. Okay. Off. On, off. Kapiere ich nicht. Achso. Dann ist der wahrscheinlich nicht die ganze Zeit an. Der Ventilator. Ich frage mich, was das hier für ein Ding ist. Was macht das? Okay, da muss man genau den Moment abpassen, wo das Ding dann aus ist, wahrscheinlich. Naja, so natürlich nicht. Okay. Okay. Das ist natürlich auch heftig. Mann. Ah, das war wieder sehr, sehr clever von mir. Okay, einmal probiere ich es noch mit meinen 5 Leben hier diesen Level zu schaffen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, hier habe ich kein Continuum mehr. Ernsthaft? Man hat nur beschränkte Continuos? Oh, das ist natürlich hart. Dann muss man das Spiel wirklich mit Safe States besiegen. Das ist natürlich mies. Naja. Ein bisschen freemillig das Spiel. Manchmal weiß man nicht so genau, wieso der Geist dann gerade in die Richtung pustet oder bläst, wie auch immer. Aber insgesamt, nette Spielidee und das kann man durchaus mal eine Runde lang zocken. Das war Bubble Ghost auf dem kleinen, grauen Game Boy. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich sehe gerade Pony Canyon oder FCI hießen die Entwickler. Da hatte ich dann wohl leider Falschinformationen. Naja, Infogrames hingen auf jeden Fall auch mit drin. Trotzdem, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.